Guten Tag, werte Gäste der Mesa Manga, grüße euch. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Angeblättert in dem Format, in dem ich in einen Manga mal hineinblätter und euch ein bisschen darüber informiere, einen Ersteindruck schildere und hinterlasse. Und heute habe ich es endlich getan. Ihr wisst ja, Mesa Manga ist immer hinter der Zeit, nie am aktuellsten Punkt und so soll es auch weiterhin der Fall sein. Für die Leute, die noch immer nicht genug davon haben und immer noch eine Meinung hören wollen. Mein Gott, mein Deutsch ist heute so schlimm. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wollt einfach eure Meinung mit meiner vergleichen, gerade was der Beginn angeht. Und das Ding ist natürlich, ja, beliebt wie Hulle. Oshinoko heißt der Manga im Original, beziehungsweise der Anime. Der ist ja enorm, ja, durch die Decke gegangen. Nicht nur bei uns, sondern auch in Japan. Und dadurch hat sich der Manga eben halt auch noch mal enorm, enorm angekurbelt. Und ja, das ist halt, ist halt krass, ne? Wirklich krass. Und wenn man das jetzt mal so anguckt, so sieht es aus. Das ist der erste Band. Gibt es bei uns bei Altraverse. Und sah schon immer interessant aus. Gleich der erste Band, der sah schon immer interessant aus. Und es ist so lustig. Es ist so lustig, dass mir gleich mehrere Sachen aufgefallen sind. Oh Gott, wir fangen einfach mal an. Okay? Das Ganze, denn der Manga wurde gezeichnet im Jahr 2020 oder begonnen im Jahr 2020 und läuft aktuell noch locker, luftig, schön weiter. Es hat so gesehen kein wirkliches Genre per se. Also es gibt jetzt kein offensichtliches Genre, dass man das liest und sagt, ah, das ist, hm. Aber es ist offiziell ein Szenen-Manga. Also man kann schon ein bisschen etwas Ernsteres erwarten als bei einem Shonen oder bei einem Shoujo-Manga. Und das erste, was mir persönlich aufgefallen ist, als ich dann mal so geguckt habe, wer hat denn das eigentlich erfunden, wer hat es erschaffen und so weiter. Man hat es natürlich mitgekriegt. Aka Akaska ist ja bekannt, weil er der Erschaffer, der Erfinder von Kaguya-sama Love is War ist. Er hat es nicht nur gezeichnet, sondern auch die Story dafür geschrieben. Und ich habe das Ganze ein bisschen in meinem Kopf falsch gelegt. Und das war interessant insofern, weil ich dachte nämlich, oh, ich muss, ich sollte ich nicht erst mal Kaguya-sama lesen, weil das ist ja sein Manga. Bevor ich irgendwie einen Manga lese, den er als nächstes gezeichnet hat oder gemacht hat. Ja. Und dann ist mir aufgefallen. Ach, dieser, dieser Aka Akaska, äh, der Name Aka Akas, Aka-Akasuka Aka-Saka Akaska Akaska Aka-Akasuka Dieser Aka-Akasuka hat ja hat ja Kaguya-Sama-Love-is-Word zwar gezeichnet und erschaffen aber bei Oshino-Ko, bei uns mein Star nur die Story geschrieben. Und dann dachte ich mir beim Lesen irgendwie kommt mir der Artstyle aber super bekannt vor. Und das liegt daran, dass ich halt schon den einen oder anderen Manga gelesen habe, den dieser Mangaka gezeichnet hat. Oder angelesen, besser gesagt. Zum einen ist das Boah, wie hieß es bei uns? My Dirty Ne, Subaru My Dirty My Dirty Mistress ist so ein Manga, der eher so auf Humor und starken Edgy-Einflüssen basiert ist vom und so fetisch und so weiter thematisiert ist in zwei Bänden abgeschlossen und der da war nämlich der Storywriter Lin Okamoto dementsprechend kann ich halt bis heute sagen das ist das beste Lin Okamoto Werk für meine Verhältnisse ich kann nichts mit Brün Hiltre oder Elfenlied anfangen aber der Manga den hat er gut gemacht weil er auch nicht gezeichnet hat oder so erschaffen sondern er hat lediglich ein bisschen die Story dazu beigetragen und aber Mango Yoko Yari war eben halt der Mangaka hinter dahinter sozusagen ja und das ist schon mal das war schon mal so ein Moment wo ich Entschuldigung es ist eine Sie es ist eine Sie und die Mangaka die kannte ich auf jeden Fall schon mal visuell dann habe ich irgendwann mal Scum's Wish angefangen und fand das den Anfang so klasse dass ich mir alle Bände gekauft habe ist heute nicht gelesen ihr kennt mich ja wird auch eines Tages passieren safe weil ich war sehr angetan davon und mochte den Arztteil halt auch total von Scum's Wish dachte mir boah das ist das ist das ist halt voll mein Ding sieht richtig gut aus das gefällt mir das spricht mich direkt an war bei Subaru auch schon so aber bei Scum's Wish noch ein bisschen mehr und jetzt kam dann eben halt mein Star und dann habe ich realisiert warte mal der Arztteil kommt mir doch bekannt vor kann ich diesen Künstler vielleicht diese Künstlerin vielleicht doch kennen bam natürlich ich kenne sie jetzt definitiv und ja das ist mal so die grobe 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 äh Prämisse worum geht es in mein Star ist es halt lustig weil letzten Endes ich glaube ihr wisst es alle ich glaube ihr wisst es überwiegend alle aber wenn nicht erkläre ich es euch trotzdem nochmal es gibt dort in Japan irgendwo einen Gynä Kologisten der also ein Arzt und der hat eine ja nicht ganz so schöne Erfahrung mit einer Patientin gehabt und diese Patientin war ein riesen Fan ein gigantischer Fan von einer sogenannten Ai Hoshino diese Ai Hoshino ist eine ein Idol gewesen ihr kennt also für die Leute die Idols nicht kennen die vor allem in Japan gibt ist das ein großes Ding dass eben halt Mädels überwiegend Mädels meistens in Gruppierungen äh auftreten und ihre Songs raushauen dann teilweise auch noch Radioshows machen die sind so Allround Talents sozusagen sehen hübsch aus sehen gut aus und strahlen immer sind immer gut gelaunt und sollen da auch so ein bisschen die Fans natürlich ankurbeln Geld zu lassen für Merchandise für Auftritte und so weiter und gleichzeitig aber auch den Fans immer eine gute Zeit bescheren weil die vielleicht selbst einen stressigen Arbeitsschulalltag Studentenalltag oder sonst was haben Familienalltag einfach natürlich dafür wofür Unterhaltung eben halt da ist jetzt ähm ist es so natürlich wie jede Form des Entertainments ist da so ein ja gibt es da so einen dunklen Bereich weil das Entertainment an sich ist ja immer was Schönes aber wenn man weiß was teilweise hinter den Kulissen abgeht ist es dann doch teilweise sehr bis sehr 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 fragwürdig was da teilweise passiert oder gemacht wird und wie viel Schauspielerei und ja da eigentlich vor der Kamera ist ich muss da auch bei sowas immer so ein bisschen auch an PewDiePie denken ähm warum an PewDiePie werden jetzt sicherlich einige denken boah jetzt kommt der mit PewDiePie aber ich finde das ist das perfekte Beispiel denn er hat nämlich lange Zeit so getan als hätte würde er sich erschrecken als würde er würde es ihm wahnsinnig gut gehen obwohl es ihm nicht gut geht und er hat die ganze Zeit versucht zu Schauspielern damit die Leute da draußen äh ja nicht äh quasi ne deabonnieren und keinen Bock mehr auf ihn haben und so weiter weil die wollten immer den PewDiePie sehen der schreit der Horrorspiele spielt und sich dabei in die Hosen macht ähm der aber trotzdem permanent gut drauf ist und ähm ja die Leute wollten das sehen und er war irgendwann eben halt an dem Punkt wo er sich es leisten konnte zu sagen ich bin aufs Geld nicht mehr angewiesen ich werde jetzt ich sein ich werde jetzt nur noch Dinge tun die mir Spaß machen ich werde jetzt nur noch Dinge tun so wie ich bin und ich werde auch anders reden und ich ihr werdet euch wird auffallen ich werde anders sein weil ich all die Jahre euch jemand vorgegaukelt habe eine Internet-Persona die nicht so nicht existiert und äh das ist einer der Themen die hier drin eine große Rolle spielen und ähm die denke ich eigentlich so ziemlich bei allem einsetzbar ist sei es bei Schauspieler sei es bei Synchronsprecher sei es bei alles was irgendwie ein Sternchen sein kann mittlerweile ja auch Influencer und irgendwelche YouTuber und Streamer und was weiß ich ihr werdet da auch nicht immer deren aktuellen ähm emotionalen Stand miterleben die werden auch oft euch was vorspielen euch nicht alles sagen so tun als würde es ihnen gut gehen obwohl es ihnen gerade miserabel geht und vielleicht auch Dinge tun um euch zu manipulieren damit ihr Dinge tut die für sie wiederum in Vorteile bringt ja es sind so Sachen dieses sag ich mal nicht ganz so schöne düstere dieses Lügen dieses Entertainment Lügen ist eine große Rolle und man kann es als was Negatives sehen man kann es auch als was Positives sehen je nachdem aus welcher Sicht man es betrachtet ist es halt äh kann es halt gut und kann es halt schlecht sein und genau und um so eine so ein Mädel handelt es sich halt und Ai ist ihm halt super beliebt und super bekannt gerade bei diesem einen Mädchen aber wie man es meistens kennt von so Arztgeschichten die nicht so schön sind passiert etwas mit diesem Mädchen und seitdem ist der Arzt auch ein riesiger Fan von dieser Ai und er ist quasi so eine Art Idol-Otaku geworden in einer gewissen Form und ist sehr emotional mit dabei mit am Start eines Tages taucht ein Mann auf der eine junge Frau relativ viel begleitet dabei hat und sagt hey wir müssen das Ganze so ein bisschen das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen und so weiter ähm so let's go und dann stellt sich heraus dass dieses Mädel das er dabei hat eben diese Ai ist und diese Ai hat zwei Kinder ja diese Ai hat zwei Kinder im Bauch Zwillinge und wird halt vor die Entscheidung gebracht Kinder bekommen oder Kinder nicht bekommen denn das ist nämlich das Gruselige und Grauselige daran dass es nicht gern gesehen wird wenn solche Idols Beziehungen haben oder Kinder haben wir haben das teilweise auch schon im großen Teil bei oder mit Vitubern erlebt wo es dann rauskam oh all mein Geld was ich dir all die Jahre gegeben hab hast du mir deinem Freund ausgegeben ich dachte das zwischen uns ist was besonderes es gibt solche Leute die haben einen absoluten Knick im Gehirn und denken dass irgendwelche Vituber oder irgendwelche Idols oder irgendwelche Schauspieler oder sowas für sie da sind was natürlich absolut absurd ist aber es gibt genug Leute bei denen ist das so das ist die eine die eine und einzige für mich irgendwelche Loser die es nicht gebacken kriegen eine Beziehung aufzubauen oder generell einfach irgendjemanden mal irgendwie zu begeistern zu können vielleicht weil sie selbst einfach auch schon wirklich keine sympathischen Menschen sind muss man ja auch immer so zu sagen es wird immer viel aufs Aussehen gemünzt aber ich habe auch schon Top Damen mit irgendwelchen Leuten rumlaufen sehen wo ich mir gedacht hab Alter was die sind zusammen habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt und wisst ihr was das liegt daran weil dieser Typ der nebendran er sieht jetzt zwar nicht aus wie ein Top Model oder wie jemand wo man sagen würde die zwei passen wunderbar zusammen aber der hat wahrscheinlich ordentlich Charakter der hat wahrscheinlich irgendwas worauf das Mädel richtig abfährt ja so aber es gibt viele die sagen es liegt daran dass ich zu hässlich bin oftmals hat es einfach nur damit zu tun dass du einfach einen furchtbaren Charakter hast oder irgendwelche Sachen an dir sind die einfach Leute nerven das ist oft der wahre Grund und Leute projizieren dann eben halt auf diese Künstler und Schauspieler und so weiter diese Stars etwas hinein und haben dann kleistern dann die Wände zu mit irgendwelchen Bildern von dem und so weiter und ich finde es zu einem gewissen Grad ja nicht mal schlimm ich bin ja selber Otaku ich liebe es mich zu umgeben von dem was ich liebe das ist vollkommen in Ordnung ich finde aber es gibt so diesen schmalen Grad den man nicht überschreiten darf und zwar wenn wenn der Realismus einen abhanden kommt also zum Beispiel wenn ich eine VTuberin mag werde ich hab ich nie und werde ich nie auf den Gedanken kommen dass die nur für mich ist und dass ich die irgendwann heiraten werde oder sonst oder dass wir zusammenkommen oder sonst was was für ein irrsinniger Quatsch aber es ist Realität und zwar nicht selten weil sonst würde dieser ganze Apparat nicht funktionieren der ist darauf aufgebaut den Leuten eine gute Zeit zu geben aber viele davon erhoffen sich mehr von diesen Idols und dementsprechend ist es ein riesiges Tabu wenn dann eine schwanger wird weil das heißt irgendjemand durfte und ich nicht dann werden die Leute rasend und dann gab es auch schon so Fälle und das muss man wirklich ansprechen weil das ist wirklich scheußlich dann gab es auch schon so Fälle wo ein Idol vor laufender Kamera vor Newsreportern und so weiter unter Fotografie Blitz Blitzgewitter unter Tränen und in Demut mit einem Rasierapparat sich die komplette Haare abrasieren musste als Entschuldigungszeichen das ist glaube ich so das krasseste was ich mitbekommen habe auch visuell das hat mich innerlich so zerstört und mir diese ganze Idol Thematik richtig mies gemacht jetzt muss man natürlich sagen Idol ist nicht gleich Idol und die Firmen die dahinter sind sind nicht gleich die Firmen die dahinter sind es gibt schon Unterschiede es gibt auch Firmen die machen das anders die handhaben das anders du kannst zum Beispiel sagen gerade diese Virtual Idols also wie Hololife oder Nitsi Sanchi oder sowas die machen die sind ja auch nicht perfekt aber die machen das zum Beispiel wesentlich geschickter und auch menschenfreundlicher als das was ich euch jetzt gerade erzählt habe aber man muss auch dazu sagen die Leute sind was bei den echten Mädels sag ich mal der Fall ist sie zum Beispiel auch bei K-Pop da gibt es ja auch viele wahnsinnige Fans ähm wenn da irgendwas rauskäme gäbe es da auch einige die durchdrehen würden ob das jetzt weibliche Gruppen oder männliche Gruppen wären es ist egal welche Fans egal welche Geschlechter die haben es gibt immer Psychopathen darunter beziehungsweise Soziopathen beides es ist so ein wunderschöner Mix aus beidem wenn man selber im Leben es nicht irgendwie gebacken kriegt und dann sich gut fühlen will durch einen hübschen Boy oder ein hübsches Girl was gerade für einen sinkt dann kommt man in so eine Illusion hinein indem man irgendwann nicht mehr rauskommt weil man schon auf der mentalen Ebene so ist und das ist wirklich ein krasses Thema und deswegen habe ich dieses Idol Dasein nie so ganz gemocht ich mag es auch heute noch nicht so ganz muss ich sagen ich bin ein Fan von VTuber aber ich mag eher so diesen Comedian Aspekt oder den Gaming Stream Aspekt weniger das rumtänzeln und so weiter natürlich gibt es mal Ausnahmen und ich habe auch schon das ein oder andere dazu angeguckt oder ein Musikvideo sicherlich aber das ist für mich nicht der Hauptaspekt und für viele ist es das aber die Musik das Tanzen auf der Bühne und so weiter die Shows miterleben aber halt noch so viel mehr und diese Mädels erleben einen erleben da für sich natürlich einen Traum weil ich kenne damals war das immer so viele Mädels wollten Schauspieler werden Schauspielerin werden oder irgendwie irgendwelche Stars heute ist es halt ich will YouTuber werden ich will Influencerin werden oder sowas ich will Streamerin werden und damit mein Geld verdienen und Spaß haben und beliebt sein und dass die Leute mich wahrnehmen und mit mir reden und so weiter und das ist ja auch schon wahrscheinlich in einer gewissen Form wahrscheinlich in irgendeiner Studie bewiesen dass viele Leute die so vor die Kamera gehen und reden und so weiter vielleicht irgendwie doch einen kleinen Knacks haben vielleicht ein kleiner Psychopath steckt in jeden dieser Leute weil sonst würden die nicht von sich aus vor der Kamera reden mit Leuten mit Leuten die sie nicht sehen ist egal ob Streamer oder so auch wenn Streamer natürlich ein bisschen mehr Reaktionen haben das was ich mache in einem anderen Zeitalter hätte man gesagt der ist der ist der ist absolut gaga was macht der da ja hab hin die klapse mit dem und deswegen will ich das nicht ausschließen ich will jetzt nicht sagen dass ich Psychopath bin aber jeder Mensch hat in sich ein bisschen Psychopath das ist jetzt auch nichts ungewöhnliches per se es kommt nur drauf an wie weit es ausgeführt wird beziehungsweise wie weit es fortgeschritten ist sagen wir es mal so oder wie weit man es auch zulässt bestimmte Arten davon oder oder Sachen und das ist krass dass das in diesem Manga schon mal thematisiert wird aber jetzt kommt jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt aber ich denke es ist auch immer ganz interessant mal diesen Hintergrundgedanken auch zu haben von dieser ganzen Idol-Thematik um dann in einen Manga einzusteigen der eben diese das ganze thematisiert und zwar nicht auf die schöne Ebene sondern eher auf die erschreckende Ebene quasi ein bisschen hinter die Kulissen guckt und hinter dem den glänzenden netten freundlichen Damen schaut denn die haben zwar das Leben ihres Lebens aber werden auch teilweise richtig ausgebeutet verdienen nicht so viel wie die Leute die im Hintergrund die Fäden ziehen und müssen auf alles mögliche verzichten unter anderem viel viel was mit eigener Freude und Selbstverwirklichung zu tun hat die müssen für Fans da sein und nur für Fans die dürfen keine Liebschaften haben die dürfen sich nicht verlieben das ist schlicht und ergreifend nicht erlaubt das ist genauso bescheuert wie man im Katholischen die Pfarrer alle dazu bringt zu sagen ihr dürft aber nicht heiraten ihr dürft keine Kinder kriegen um es mal so zu sagen ihr dürft aber nicht bumsen mit Frauen dann nehmen sie kleine Kinder ganz toll grandios also ihr seht das ist nie gut jemanden so dermaßen in der in der Menschlichkeit einzuschränken weil jemanden zu lieben oder sich zu verlieben ist eine ganz normale Sache es gibt Ausnahmen es gibt Leute die können das nicht dann lass doch die Idols werden aber ja die Leute das ist einfach das ist so eine emotionale Hürde beziehungsweise eine Barriere die die da auf die da bekommen und das ist einfach krass und dass sowas legitim ist es ist in einer gewissen Form emotionaler Menschenhandel so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen in die Richtung ist es ja schon da wird eine ständig da wird eine Gruppe von Mädels ständig ausgenutzt die müssen das machen die müssen oder Jungs wie gesagt auch bei K-Pop und so die müssen das machen die müssen dahin die müssen da 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 die dürfen aber wie gesagt keine niemanden lieben nicht auffallen keine Drogen nehmen das wird alles verboten alles was die vielleicht in einem anderen Leben hätten tun würden tun die nicht oder tun es heimlich um wie zum Beispiel sie in dem Fall also die gute Ei ist nämlich bei dem Arzt formuliert als der nochmal fragt bist du sicher dass du die Kinder zur Welt bringen möchtest auf dem Krankenhausdach dann sagt sie nämlich nur ja ich bin sehr eigennützig ich bin sehr ich bin sehr ich-zentrisch ich bin sehr ich-bezogen ich möchte zwar dass es den Fans dass die Fans sich freuen und dass es den Fans gut geht aber ich möchte auch ich möchte auch dass die ähm dass ich mich wohlfühle und dass ich etwas tue was ich möchte dass ich mein Leben genießen kann und dementsprechend äh belügt sie die Fans indem die mitbekommen also indem die nicht mitbekommen dass sie nun Zwillinge hat die werden dann insofern kaschiert dass diese zwei Zwillinge äh diese Zwillinge nach der Geburt immer bei einer Ersatzmutter sozusagen untergebracht werden und äh diese dann für die Kinder sorgt und wenn gefragt wird dann auch es immer heißt das sind ihre Kinder und das ist ich weiß nicht ich stelle mir das als Mutter auch ziemlich hart vor wenn man zwar die Kinder um sich rum hat aber man darf niemals so zulassen dass die Öffentlichkeit mitkriegt dass man jetzt gerade liebevoll mit seinen Kindern umgehen möchte oder sowas das darf nie rauskommen man muss immer die Kinder auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit so behandeln als wären es nicht die eigenen wow und der Twist der gleich zu Beginn kommt die ersten paar Seiten das ist nicht es dauert nicht lange ist dass dieser Gynäkologist namens Goro umgebracht wird er lauft durch einen Park und wird eiskalt ermordet und beginnt eine Reinkarnation und ihr seht ist es hier ist es so isekai in einer gewissen Form schon aber definitiv ein grandioser wenn ich schon mal meine Meinung spoilern darf dass Goro dann in einem neuen Körper wiedergeboren wird und zwar in dem Körper des Babys eines Babys von Ai er ist jetzt ein waschechter Hoshino sozusagen und hört auf den oder kriegt den Namen Aquamarine findet er selber auch ein bisschen doof aber es hat tatsächlich Sinn dass die alle nach und nach so heißen und Aquamarine hat auch eine andere also eine Zwillingsschwester und die hört auf den Namen Ruby und die war in ihrem Leben zuvor auch eine andere Person das heißt wir haben zwei Wiedergeburten in diesen Zwillingen die können dementsprechend schon sehr früh lesen logischerweise reden und all das das haben sie ja quasi schon von vornherein gelernt müssen aber so tun als wären sie echte Babys und da gibt es eine lustige Szene wo sie die Auftritte von Ai verfolgen also live und dann mit diesen kennt ihr diese diese Leuchtstäbe da so abgehen im Anime gibt es so ein lustiges GIF auch und irgendwie zu über Nacht irgendwie zu so Baby wundern werden weil die da so voll im Takt abgehen riesige Ai-Fans sind sozusagen und wir kriegen so ein bisschen einfach so den Lebensalltag mit oder beziehungsweise den generellen Ablauf Ai hat immer irgendwas zu tun ist hier mal in der Radiosendung trainiert hier mal für irgendwie Tanzschritte und so weiter und zwischenzeitlich bekommt man immer mal wieder Dialoge zwischen den Babys mit und man kriegt auch wieder mit wie die mehr und mehr erwachsen natürlich und es kommen immer mehr interessante Figuren dazu wie zum Beispiel der Regisseur den ich ziemlich interessant finde der quasi schon sehr schnell erkennt dass Aquamarine kein normales Kind ist sondern ein sehr intelligentes Kind ein sehr logischerweise weil er ist eigentlich ein Erwachsener sozusagen und ja fängt halt an mit ihm über Showbiz zu philosophieren und einer der interessanten Sachen ist zum Beispiel die Tatsache dass diese Ai die schönere war in dem Film oder in der Serie die er hat drehen lassen aber sie war einfach zu schön und es geht nicht und deswegen wurde sie so reingeschnitten in den Film oder in die Serie dass sie kaum auffällt damit ein anderer Charakter die Hauptrolle sozusagen haben kann und ja das ist unfair und ja das ist auch nicht eigentlich im Sinne von einem Film weil man denkt immer okay da wird ein Film gemacht oder eine Serie da steckt Passion dahinter da will jemand seine Vision durchziehen Pustekuchen da stecken Leute mit Geld dahinter irgendwelche Schlipsträger die sagen so und so wir wollen dass diese Person bekannter wird keine Ahnung das ist die Enkelin von was weiß ich von mir oder was auch immer gibt dem mal einen gescheiten Job macht die mal so eine Star damit die auch ihren Vitamin B und so und dann kriegt der Regisseur der sowieso kaum Geld hat oder kaum Budget für irgendwas nimmt natürlich die Gelder an die Leute wissen dass sie diese Leute damit haben die Regisseure und dann versuchen die da auf den Rücken anderer irgendwie ihre Vision auszuleben und der Regisseur kann seine Vision nicht ausleben also oftmals ist es so ist genauso wie mit dem Idol Dasein auch dass dieses Show Business sehr sehr viel Fassade ist und ganz 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 wenig Kunst eigentlich es ist natürlich in einem gewissen Maß immer noch Kunst und es wird es auch immer bleiben aber nie so viel wie man eigentlich denkt da steckt so viel Kalkül dahinter da stecken so viele Änderungen dahinter die von zig anderen Personen kommen also wenn du ein Regisseur bist und du machst eine du bekommst einen Auftrag kriegst Geld in die Hand und es heißt mach eine Serie oder einen Film dann kommen ganz ganz viele Leute quasi von jeder Seite und haben einen Einwand oder das könnte man besser machen oder das macht man so oder das dann kommen noch die Kinos oder die Fernsehsender und sagen dann das strahlen wir aber nicht so aus das muss noch geschnitten werden das muss noch abgeändert werden ja so läuft das dann so läuft das dann und sowas in der Richtung erzählt er halt ebenfalls und das finde ich alles super interessant und spannend es ist sehr düster es ist es ist sehr unangenehm wenn man eben halt naja freudestrahlen in diese in diese Showbusiness Welt immer reinzappt und sich denkt ach ist das alles toll den Leuten geht es doch gut alles ist super und dann irgendwann eines Tages wird man wach und realisiert ha für viele ist es halt auch nur arbeit und arbeit ist halt oft auch scheiße egal wie oft und gerne du manchmal deine arbeit machst es wird trotzdem immer momente geben wo es richtig scheiße ist das ist einfach so und das macht dieser manga finde ich halt richtig gut ich finde dieses konzept super super interessant dass der hier sieht man nochmal wie sie ihre kinder bekommen hat ich finde dieses konzept super spannend aus dem aspekt heraus dass dass das mal ein komplett anderer ansatz ist weil natürlich in japan es sehr großes thema ist und das eigentlich immer generell verharmlost wird siehe school live oder andere idol masters oder sowas diese ganzen kann man mögen und kann man anschauen und das hat auch hier und da natürlich auch versucht auch hier und da immer mal wieder auch so ein bisschen kritischer oder so damit umzugehen aber darf nie so ganz nie so ganz weil man hat immer so das Gefühl da ist irgendein Zeigefinger dazwischen der sagt das ist noch Kunst das könnte uns Geld kosten das lassen wir mal lieber also man hat schon immer so das Gefühl da ist schon immer irgendjemand der ja eben halt kaguya sama love is war gemacht hat bringt hier meiner ansicht nach was grandioses zustande und zwar dass er mal wirklich diese ganze thematik diese ganze idol show business thematik wirklich damit abrechnet ja ich weiß nicht inwiefern er erfahrung damit hat aber es ist schon teilweise sind so sachen dabei wo ich mir denke ja ja so ist es eigentlich für uns als zuschauer und so kommt das natürlich ganz anders rüber aber ja so 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 ist es eigentlich wirklich und ja also zum Beispiel auch wunderschön so ich meine man könnte es als klischee empfinden aber es ist wahrscheinlich wirklich so dass irgendwelche reichen leute oder irgendwelche bekannten schauspieler deren kids dann irgendwie als die neuen stars irgendwie versucht werden hochzupuschen und die dann dann schon richtig so star allüren haben obwohl die irgendwie keine ahnung acht jahre sind oder sowas sagen dann so ey hier ich hätte gern was zu trinken bitte und wo bleibt mein stuhl zum hinsitzen und 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 lauter so sachen so diese attitüde kriegt man auch mit ne dass viele leute auch einfach in diesem business drin sind wegen vitamin b und nichts anderem nicht wegen talent nein einfach nur weil sie bekannt ist weil sie bekannt sind weil sie bekannte reiche einfluss volle eltern haben und so weiter all das wird thematisiert und das ist ziemlich übel und am ende gibt es noch so einen kleinen Schocker wo du dir dann denkst ich ich will jetzt nicht sagen dass ich es nicht irgendwie erwartet hätte vielleicht irgendwann aber vielleicht nicht sofort im ersten Band und das war auch wirklich das hat mir schon einiges gegeben also muss ich schon sagen das hat mir schon so einen schlag in die magengrube gegeben auf jeden fall dieser erste Band war fantastisch ich glaube ich habe es wäre jetzt schwer zu behaupten aber zumindest in den letzten jahren würde ich sagen ist das der mit Abstand beste erste Band den ich so gelesen habe es hat sich wunderbar weggelesen die Art wie die Geschichte aufgebaut wurde und teilweise auch wie es inszeniert wurde war grandios ich finde den Anfang vom Kapitel klasse wenn irgendwelche Leute die irgendwas mit I zu tun haben interviewt werden deren Vergangenheit dann dadurch irgendwie erklärt wird oder oder generell einfach noch ein bisschen mehr Talk oder Tiefe in dieses Showbusiness Thema reingebracht wird und anhand dieses Interviews man dann bestimmte weitere Infos über I oder über irgendwelche anderen Leute von I quasi mitbekommt und Zukunft Werdegang und so weiter von denen weil es immer so kleine Timeskips zwischendrin gibt und ich das fühlt sich auch nicht gezwungen an oder sowas sondern das ist das ist einfach klasse das hat mich wirklich beeindruckt weil das ist eine Art von das ist eine Stilistik die ich jetzt sonst noch nie mitbekommen habe also das ist schon was sehr eigenes ich wusste dass mir Oshinoko gefallen wird schon von Anfang an aber ich war mir nicht so ganz sicher also so hundertprozentig war ich mir nicht sicher jetzt nach diesem ersten Band muss ich sagen ich bin auf jeden Fall gespannt wie es weitergeht aber auch hier muss man leider sagen ich werde erstmal wahrscheinlich nicht weiterlesen weil der Monat ein bisschen zu hart war ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen sparen aber in Zukunft werde ich mir auf jeden Fall meins da weiter gönnen und lesen weil es war einfach ein sehr 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 guter erster Band und ich hatte eine Menge Spaß mit eine Menge Emotionen und wie ihr vielleicht bemerkt habt anhand dieses angeblättert das Thema gibt so viel her man kann sehr viel darüber nachdenken man sollte aber vielleicht auch nicht zu viel nachdenken denn letzten Endes entscheiden sich ja Leute auch Schauspieler zu werden oder Idol oder sowas und man darf auch nicht nur das negative sehen auch wenn das Showbusiness bei weitem jetzt wahrscheinlich nicht der schönste Ort Burt 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 oder ist Burt man mit dem theater schauspieler ich glaube ja ist auch schon wieder etwas länger her der film skomp war war glaube ich 2 16 17 18 nee nee das ist 2 18 ist glaube ich egal auf jeden Fall so Sachen wo man dann irgendwie so realisiert Showbusiness Schauspielerei und es ist alles nicht so perfekt wie man immer wie es immer gemacht wird und ich denke wir kennen sicherlich einige Sachen noch gar nicht also zum Beispiel allein schon wenn die Tatsache wenn Leute anonym Äußerungen tätigen damit sie in der High Society nicht komplett zerfleischt und zerrissen werden sagt meiner Ansicht nach viel aus über diese Hollywood Sternchen und so also man darf da nicht zu tief reindenken aber man darf auch nicht zu sehr depressiv damit umgehen weil ich denke wie gesagt auch dass Leute ja bewusst sich dafür entscheiden Schauspieler zu werden oder Stars und so viel Scheiße es da auch gibt aber die werden auch immer genug Positives raushauen oder sie für sich rausholen dass es dann doch noch Spaß macht oder auch gute Momente gibt also das ist jetzt nicht so dass da alle Stars jetzt durch diese umfeld depressiv und so weiter werden aber ja ich denke das könnte sich definitiv auch noch ein Thema in mein Star werden und und kleine vermutung von mir meiner Seite aus ich vermute dass der Mörder von Goro also der am Anfang Goro ermordet hat dass der in Zukunft noch eine Rolle spielen könnte bin ich mir ziemlich sicher nach all dem was passiert ist in diesem Band habe ich und Infos bekommen vor allem über ihn ich könnte mir vorstellen das könnte passieren aber ja das sind nur Vermutungen ich denke damit warst es auch für dieses angeblättert ich hoffe ihr hattet Spaß ich hoffe ihr konntet mir mir ein bisschen folgen bei meinen bei meinen Ausführungen und ja falls ihr es nicht bemerkt habt Empfehlung falls ihr es nicht gelesen habt probiert es mal aus es hat nicht umsonst so ein Hype es ist definitiv jetzt kein keine leichte kost im Sinne von lustig aber ich weiß nicht wie es in Zukunft dann noch aussieht aber wenn das jetzt gerade so weiter geht wie im ersten Band dann würde ich mal sagen eher nicht so lustig und ja das war's in diesem Sinne mehr fällt mir auch nicht mehr ein ich denke es reicht auch ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich über eine positive Rückmeldung freuen und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen außer ich bin euer René von der Maison Manga und ich sage wieder einmal ciao bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten Mal